Ja, guten Tag aus Merfelden-Walldorf. Einige Zusammenfassungen der heutigen Radtour. Am frühen Morgen ging es los gegen 6.30 Uhr Richtung Gewerbegebiet Ost am NH Hotel vorbei Richtung Monte Scherbelino. Zu Fuß dann Berghoch. Man hat dort eine sehr gute Aussicht Richtung Taunus. Am Abend dann noch eine kleine Tour an den Eichen vorbei an der Schelltankstelle Bundesstraße 44 Richtung Groß-Gerau. Danach noch im Industriegebiet Ost neben dem NH Hotel wieder. Und einige Leute saßen in diesem benachbarten Restaurant draußen. So, das war's für heute. Einige Eindrücke. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF. Untertitelung des ZDF.